Hallo und herzlich willkommen bei Red Talk Campbell. Ich bin heute wieder auf die nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Billionaire Casino Free Slots. Starten wir mal, machen Vollbild rein, das war gestern auch als Lady, hatte ich gestern auch schon mal gespielt, das Spiel, ich meine auch, ich hätte das schon mal Ich meine, ich hätte das Spiel schon mal gespielt. Ah ja, ja. Habe ich auch gekriegt. Ich bin 14 mit 16 Millionen. Nice. Wofür sind die da? Nein. Brauchen wir nicht, oder? Ich denke nicht. Level 32, noch abgeschlossen. Oh, da ist es 15. Ah, nur Level 15 kriege ich geschenkt. Nachrichten. Hm. Was muss ich hier machen? Na gut, gehen wir zurück in der Lobby. Das ist frei. Na gut. Und das muss ich erst downloaden. Oh. Der hat gar keinen. Gut, ist heute runtergegangen. Dann starten wir mit dem. Das ist den kleinen Geld erstmal. Die Lünfe sind ausländisch. 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 Das geht aber schnell. Das geht aber schnell. Ich glaube, ich gehe mal kurz gucken, wie hört man jetzt hier auf. Wieder verschädt. Einfacher Escape-Druck, oder? Ne, auch nicht. Ah, da war das. Okay, ich habe jetzt einmal ein Geschenkjeld gekriegt von 15. Achso, oder habe ich gleich gekriegt? Hm, schade. Deine Majestin hier, das Beste für dich. Machen wir. Spiele mir. Und. Go. Level 18. Was ist, war sicher? Am besten? Was ist, war das? WDRM. Wir tun irgendwann mal mehr. WDRM. Wir tun wir, wDR. WDRM. 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 Go, 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 go! Wow. Gib mir mehr Geld. Du wirst elf Millionen. Hm. Ein Geschenk. Dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir wieder zurück. Und da steht wieder nichts mit dem Rekord drauf. Ich möchte mal gucken. Okay. Und wir fangen an. Dann gehen wir wieder zurück. Hm. Okay. Okay. Five of the cards. Ich fühle mich glücklich. Everything here is beautiful. Phantastisch gefällt mir. Ja. Komm, komm, komm. Ja. Ja. Guck mal. Ich will jetzt aufhören. Die C-Wut müssen schon rum sein. Oder drehen. Mal spielen. Jawohl. Und. Super. Super. Hm. Krieg noch viel was machen. Okay. Auf welchem Platz bin ich. Ich weiß es nicht. Wo steht hier mein Platz? Na ja. Fortschritt. Fortschritt. Alle gewinnen. Höchster gewinnen. Boah. Fünf Millionen. Ah, hier. Alle fünfzig Minuten sind. Kann man sich einen Bonus nehmen. Hier ist nur. Chips kaufen für Geld. Zehn Millionen kostet ein Euro. 340 Millionen kostet 21,99. Also 22 Euro. Diploma kostet ein. gut. Die kostenlose. Sie können ein VIP Bewertung holen? Und die Dauer vom VIP? 30 Tage? 60 Tage? 90 Tage? Hier kann sich die Diamanten holen. Wofür braucht man Diamanten? Hm, ich weiß es nicht. Schon kann man später Sachen kaufen für Diamanten. Kann man noch kurz ein Diamanten rein gehen? Los Schwachs? Können wir noch kurz mal jemanden rein gehen? Das war's für heute. Oh, das Leben machen wir nicht mehr. Das ist gut, vorher. Oh, okay. Big Team! Oh, Megaville! Megaville! Oh, wow, wow, wow! Ach, Megaville! Yeah, mein Million! Wow, ja, ich hoffe, ich bin mir wieder acht Millionen, zehn Millionen. Super. Oh, das ist gut. 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 Super. So, und, ich wollte es noch bis zum nächsten Mal jetzt machen. Dann würde ich mir sagen, das war es für heute. Ich habe jetzt 26 Millionen. Nice. Nice, 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 nice. Ich habe mein Geld aufgestockt. Gut. So kann ich nicht beenden. Dann muss ich das halt so beenden. Dann würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr aber nichts dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. .